Genau genommen gibt es exakt einen einzigen Grund, warum Menschen sich nicht ausreichend im Alltag um ihre Gesundheit kümmern. Und wenn ich mit Menschen spreche, warum sie es im Alltag eben nicht schaffen, sich ausreichend aufzuraffen, dann kriege ich sehr häufig genannt, dass es einfach an Zeit mangelt. Aber tatsächlich gibt es eine viel, viel spannendere Frage, die ich dann den Menschen stelle. Nämlich, wie wäre das, wenn dein Alltag nicht 24 Stunden hätte, sondern ich dir noch weitere zwei schenken? Würdest du diese zusätzlichen zwei Stunden in deine Gesundheit investieren? Vielleicht bist du anders, aber von 99% der Menschen bekomme ich gesagt, nein, auch in dem Moment würden andere Dinge wichtiger sein. Angenommen, du hättest die Möglichkeit, dich von mir persönlich begleiten zu lassen. Hättest du diese Zeit jetzt? 99%, nee, es sind eigentlich sogar 100% der Menschen sagen dann, ja, ich würde mir diese Zeit nehmen. Reicht deine Person, reichst du selber nicht aus, bist du selber nicht wichtig genug, um dir diese Zeit zu nehmen?